6 Uhr 5, jetzt geht es erstmal auf den Berg. Die Uhrzeit? Genau, eine Stunde. 5500 Höhenmeter plus. Wie viele Abfahrten hast du denn hinter dir? Bist du noch beim Mitzel? Ich habe einen kleinen Zettel, da schreibe ich sie mal auf. Ich glaube, das ist jetzt die 36. Gondelfahrt. Wovon hängt es denn ab, dass du das heute schaffst? Also die Oberschenkel sind ein Thema, was sind denn die anderen? Dass ich es durchhalte. Also das Schwierigste ist, denke ich, dass ich jetzt wirklich noch die nächsten 25 Abfahrten durchhalte. Und ich denke, immer schlimm wird es, wenn es dunkel wird. Jeeey! Jeeey! Vielen Dank.